Basha Mika, Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, Deutschland. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Jum Hürriyet, es gibt keine Freiheit ohne Trassefreiheit. Das wisst ihr und dafür tretet ihr ein. Ihr seid einem Regime ausgesetzt, das alle demokratischen Bestrebungen ersticken will, das Angst verbreitet und auf Selbstzensur setzt. Dagegen wehrt ihr euch mit Mut und Widerstandsgeist. Ihr, ihr seid uns ein Vorbild.